Ich habe jetzt den Bürgermeister Allgermüssen zu Gast und wollte Ihnen mal ein paar Fragen stellen. Bin gespannt, wie es wird und ich hoffe, ihr guckt ganz fleißig zu. Wie gefällt Ihnen denn das Gänserock bis jetzt? Oh, das Gänserock ist super, wie jedes Jahr. Ja, einwandfrei, bin gerne hier, bin jedes Jahr hier, super. Sehr schön, das freut uns. Wie bewerten Sie die Stimmung bis jetzt? Sie sind ja jetzt schon ein bisschen hier bei uns und haben es ein bisschen beobachtet. Also die Stimmung ist super, aber eins muss ich den Followern natürlich sagen. Eigentlich sagen wir du zueinander, aber wir sind heute Profis. Ja, wir müssen es ein bisschen professionell gestalten heute. Was sagen Sie, ist das Gänserock eine Bereicherung für die Gemeinde? Aber absolut, wenn man sich hier umguckt, wie die Kinder spielen, wie die Jugendlichen hier tanzen, wie die alten Männer so wie ich und die alten Frauen natürlich auch, aber alte Frauen gibt es ja nicht. Hier dabei sind, das ist eine totale Bereicherung und das höre ich auch immer wieder von allen, die hier sind. Und das höre ich auch von Freunden, die mich fragen. Ich habe vorhin so mal ein paar Videos gepostet, was ist denn das da bei euch? Ja, absolut. Sehr schön, das freut uns, das gebe ich auch direkt so weiter. Welches Festival würden Sie denn gerne mal besuchen? Egal was, egal wie teuer. Egal wie teuer. Also eigentlich hatte ich ja immer als Ziel, einmal nach Wacken zu fahren, aber ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Das habe ich heute schon öfter gehört. Und zu guter Letzt, was ist denn Ihr Lieblingskünstler, Ihre Lieblingsband? Meine Lieblingsband ist Queen immer gewesen, aber seit Freddie Mercury nicht mehr dabei ist oder nicht mehr dabei sein konnte, sind ich ja auch nicht dabei. Aber ich habe die einmal in Hannover live gesehen, da habe ich mich in sie verliebt, als ich jung war. War geil. Sehr schön. Vielen Dank an den Bürgermeister, ich hoffe, es hat euch gefallen und gebt gerne einen Daumen nach oben. Tschüss. Tschüss. Tschüss.